Hallöchen Leute, hier geht's mal wieder weiter mit Zelda. Ich gucke erstmal, was in diesem komischen Drohnen hier ist. Was hast du für mich? Ein Herz, was ich nicht brauche. Und du hast... ne Falle! Super-Mega-Klasse. Super-Mega-Klasse. Ähm... Na komm. Schiebding. Hau mal. So, was erwartet uns hier? Ah, jetzt sind wir hier oben. Alles klar. Okay. Mhm. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Kommen wir da rüber? Oh, ich glaub nicht... Irgendwie... ...auf die Hand, da kommen wir doch bestimmt. ...mit den Gleitstiefeln... ...mit den Gleitstiefeln. Und... ...ja, ja, uh, 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 schön stehen bleiben, Link. Schnell Stiefel gewechselt... ...ähm... 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 ...ich denk mal wir brauchen... ...ähm... ...ist ja das Wegen-Lied. ...tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam... ...ahha... ...okay. Scheint da eine Kiste... ...an die ich nicht... ...dran... ...komme... ...von da aus. Hm. Aber hier komme ich schon... ...von hier aus komme ich schon ran. Coole Sache. Och ne, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Jawoll. Was erwartet uns hier? Jawoll. Ein kleiner Schlüssel... ...den kann man auch gleich... ...verprassen. So. Na. So. Jetzt ja. Und... ...heb... ...heb... ...so... ...was erwartet uns dort? Ach... ...ich glaub... ...wird doch ein Eisenprinz. Was? Aha. Naja. Tschüss. Ähm... ...wow. Oh... ...ah... ...ah... ...und... ...und... ...die Tür öffnet sich. Aha. Aha. Ja... ...ja... ...ja... ...okay... ...mich darauf drücke... ...geht die Tür auf... ...ja... 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 Scheiße, ich schaff's nicht. Oder? Jetzt rein da. Aha, ich bin gut. So. Aber jetzt erwartet uns ein Eisenprinz. Jawohl. Zeit haben wir noch genug. Das freut uns natürlich, aber komm, ich mach mal. Ein Bikuronschwert. Dauert's nicht so lange. Haha. Okay. Zack. Und nochmal. Und zurück. Und zack. Haha. Schon hat er seine Rüstung verloren. Zack. Oh. Und zack. Und das war's schon. Kurzer Kampf. Aber von mir aus. Und jetzt sollten wir eigentlich dieses Schild bekommen. Das Spiegelschild. Na sag ich doch. Das war mal ein bisschen anderer Sound mit dem Hahn. Der Spiegelschild. Der Spiegelschild reflektiert Licht oder Energie. Mit R setzt du ihn ein. Und das rüsten wir doch gleich mal aus. Sehr schön. Jetzt kann man mich nicht reflektieren, was in diesem Tempel sehr hilfreich ist. Und die Tür geht auf. Freu. So wartet uns hier. Ich nehme mal einen kleiner Schlüssel, oder? Jawoll. Kleiner Schlüssel. Und. Wurde raus. So. Den kleinen Schlüssel lösen wir gleich ein. Okay. 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 Der Mist. Ich habe kommen noch Bomben. Das ist ärgerlich. Für den letzten Jahr reicht es noch. Oder auch nicht. Verdammt. Okay. Wir haben ein Problem, Link. Oh, das ist ein Bomben. Oh, Gott sei Dank. Wir haben doch kein Problem, Link. Sehr schön. Der lässt auch Bomben da. Da ist die Mitte und da ist eine Skulltula, die will ich haben. Ach ne, das ist immer eine stinknormale Skulltula. Ich dachte, das wäre eine goldene Skulltula. Na, von mir aus. Aber theoretisch gesehen können wir uns doch auch ganz oben ran schließen. Und jawohl. Ersparen wir uns das und euch zwei erspare ich mir auch. Ah, ich will euch nicht angucken. Aua. So. Ähm. Ich gehe erstmal... Ja, halt noch ein Navi. Ich gehe erstmal nach oben. Aber Aua. Aua. Oh, hallo. Und tschüss. Und du lässt wieder schön Bomben da. Finde ich sehr sozial von dir. Ich mache es mit Fallen fertig. Einer. Einer. Ja, komm. Bleibst du gut stehen. Und hier ist noch einer. sehr schön. Ähm. Ich glaube, wir brauchen mal wieder Bomben. Ja, hier brauchen wir wieder Bomben. Bomben. Das ist bombig. Das ist bombig. Genau. Jetzt muss man den Spiegel verschieben. Ne. Na, noch ein Stück. Ja, das langt. Ach, lass mich in Ruhe. Tschüss. So, genau. Fertig. Na. Muss man die noch ein Stückchen verschieben. Genauso wollte man das haben. Oh, scheiß Töpfe. Oh, die fliechen ja auch alle. Herzschneid. So. Aha. Aha. Nee. Ganz schlecht. Ja, Mann. Oh. Ich hasse dieses Schild. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Du doofe Sonne. Oh, ich treffe sie einfach nicht. Ist da auch nur ne Sonne? Nee, nur hier ne Sonne. Gut. Ah, super. Super. Aber irgendwie... 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 Da ist ja ne Truhe. Da ist ja ne Truhe. Das ist ja schön. Ähm... Irgendwie finden wir nicht in der Master-Schlüssel. Was arg schlecht ist, wenn wir zum Endgegner wollen. Oh, ich treffe doch nicht. Ach, Mann, ey. Na, okay, Leute. Ähm, im nächsten Part schwenke ich mich mal da rüber und... Gucken wir mal, wo der Master-Schlüssel ist. Also, na, bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.